schon wieder montag liebe zuschauer ganz herzlich willkommen zum dax check ich freue mich natürlich dass montag ist weil das heißt thomas bergmann ist auch wieder da wir können uns gemeinsam den dax anschauen thomas ja letzten freitag gab es arbeitsmarkt zahlen aus den usa die eine baldige zinswende wirklich mehr oder weniger zur beschlossenen sache machen was bedeutet das jetzt für den dax oder für aktienmärkte generell ja also dass eine zinserhöhung in amerika kommen das ist wie du schon sagst ausgemachte sache es gibt von der cmi ist eine börse in der terminbörse in amerika da gibt es so ein fett tool und das zeigt eine wahrscheinlichkeit für eine zinserhöhung von fast 90 prozent an also hier rechnet auch jeder damit und es wäre eigentlich eine enttäuschung für die märkte mittlerweile schwer vorstellbar aber dass eine zinserhöhung nicht kommt von daher wird das erwartet ist eingepreist in den kursen es steht sehr viel in dieser woche auf der agenda das was neben der fettsitzung sind wahlen in den niederlanden es gibt einige konjunkturdaten dienstag ztw-index in deutschland philly fett index ja michigan ist glaube ich am freitag hexensabbat am freitag in der eurex hier in deutschland also es passt wird wird sehr spannend diese woche wie gesagt die zinserhöhung ist eingepreist um auf die frage zurückzukommen also von daher gibt es auch kaum reaktion heute ja trotzdem angesichts dieser dieses vollen termin kalenders hatten wir in der vergangenheit oft erlebt dass der taxi dann in so einer art schockstarre oder einfach mal abwarten nicht zu nicht bin ich ja das könnte uns wahrscheinlich diese woche auch tun genau wobei ich denke mal schon dass es ja in die eine oder andere richtung gehen wird ich glaube nicht dass wir jetzt die diese range die wir jetzt hier haben zwischen 12 50 und 11 8 50 dass die jetzt wie damals schon im herbst so ewig geht wobei ausschließen kann man es nicht weil wir einfach noch sehr weit von dieser 200 tage linie weg sind also ich will ich nach oben ist die luft natürlich schon dünn also hier muss die die linie schleunigst nachziehen damit es nicht zu extrem wird auf der unterseite haben wir aber wie gesagt 11 8 50 eine starke unterstützung 11 5 ist auch eine starke unterstützung selbst wenn wir jetzt hier diesen diesen kurzfristigen aufwärts entbrechen der hätte jetzt die signifikanz ist aber nicht so hoch als wenn wir jetzt unter die marke von f5 fallen würden warum noch mal bullisch für die aktien eigen das niedrige zinsumfeld wird bleiben von daher auch wenn jetzt in amerika die zinsen erhöht werden wir bewegen uns auf niedrigem niveau außerdem der weltwirtschaft geht es eigentlich ganz gut was man so hört in allen g20 staaten ist das wachstum da auch der ztw index wird uns bestätigen dass wir in deutschland robuste wirtschaft haben also von daher ist das umfeld so schlecht nicht und von daher wie schon letzte woche gesagt halte ich die ein neues allzeithoch wenn wir dann das im nächsten jahr 10 12 390 auf intraday basis war es das ist immer noch so das ziel auch wenn wir jetzt da im moment ein bisschen luft holen aber wie gesagt man sieht es ja hier sehr schön das war von 10 5 auf 12.100 punkte das ging natürlich sehr flott und da kann man auch durchaus mal korrigieren das heißt was macht der anleger jetzt am besten mal beispielhaft an deinem produkt also wer das produkt hat lässt es im depot liegen ist noch nicht viel passiert leichte minus aber das ist eine halb so wild neueinsteiger auch das schon mehrfach jetzt die letzten tage gesagt gehen long sobald wir die 12.050 auf schlusskursbasis überwinden dann dürfte es mit dem allzeithoch nicht mehr lange dauern so jetzt mal ist es vielleicht eine etwas unprofessionelle frage aber so thema bauchgefühl meinst du wir kriegen die 12.000 punkte diese woche nach 12.000 oder 12.390 gefällt mir natürlich fast noch besser dass die endlich mal jetzt wirklich dass wir sagen dass da könnte das nächste kursgeschehen keiner meinetwegen auch wieder seitwärts sein aber wenigstens oberhalb von 12.000 ja also wir sind ja hier es fehlen 34 zähler das ist ein klacks denke schon dass wir da rausgehen ob wir die 12 390 schaffen ja vielleicht am freitag aber wie gesagt grundsätzlich sind wir noch positiv eingestellt alles klar so ein schönes schlusswort ganz herzlichen dank thomas für die einschätzung liebe zuschauer ihnen einen schönen und vor allem erfolgreichen handelstag bis morgen beim dax check wenn sie mögen